Der Markt kriegt den Hintern nicht hoch. Wir haben über den S&P gesprochen gestern, von dem wollen wir uns noch mal kurz angucken, was ist raus geworden. Gestern sah das in etwa so aus. Wir haben noch gesagt, Mensch, das ist nicht so schlecht, also ein bisschen weniger Daten noch, ungefähr so. Und dann haben wir gesagt, wenn er hier diese Zwischenhochs mal rausnimmt, dann wäre eine ganz gute Chance für die Long-Seite. Und da seht ihr, wie wichtig es ist, irgendeine Art des Triggers, das muss jetzt nicht dieser hier unbedingt sein, aber eine Bestätigung zu haben, ist manchmal hilfreich. Dann ist man nicht auf der falschen Seite sofort mit dabei, nur weil man da eine Idee mal hat. Also das ist nicht getriggert worden. Im Gegenteil, der Markt ist immer weiter nach unten gefallen und hat das eigentlich dann gespielt, das Szenario, was beim Dow Jones und auch so ein bisschen beim Nasdaq eher so aussah, nämlich die Abwärtsseite. Damit ist allerdings der S&P durch diese Unterstützungszone durchgelaufen. 4.060 in etwa hier diese Tiefmarken. Die hat er jetzt nun endgültig durchstoßen. Das ist natürlich jetzt nicht ein Zeichen, dass der Markt jetzt gleich auf Sodom und Gomorra Kurs gehen muss, aber aktuell, ja, weiß ich nicht. So richtig auf Kauflaune sieht es nicht aus. Allerdings können wir vielleicht gucken, den Trendkanal ein bisschen anzupassen, denn zumindest die Oberseite hat sich ja durch die letzten ein bisschen verändert. Insofern haben wir bald wieder eine gewisse Unterstützungswirkung. Aber immer dran denken, eine Unterstützung ist keine Garantie, dass der Kurs dreht. Es ist die Chance, dass hoffentlich viele Marktteilnehmer drauf gucken und sagen, dann ist vielleicht jetzt mit Short vorbei, ich kann zart wieder auf die Longseite gehen. Ich bin kein großer Freund an diesen Marken blindlings zu kaufen, denn dafür geht er einfach zu häufig durch und dann hat man auch nicht so richtig was gewonnen. Aus meiner Sicht wäre es jetzt total schick, wenn er einen starken Anstieg macht und einen korrektiven Rücksetzer. Das fände ich total praktisch. Wenn er jetzt zwar auch hoch geht, aber auf eine relativ schwache Art und Weise, auf eine korrektive Art und Weise, dann wäre mir das ein ganz klares Zeichen. Oh, das wird wahrscheinlich nicht lange und nicht weit nach oben gehen, sondern wir haben eine realistische Chance, wenn wir hier die Seite, diese Zwischentiefs triggern, dass es dann auch nochmal dieses Tief triggert. Ja, und dann ist die Frage, wo sind die nächsten Unterstützungen? Also der Markt tatsächlich so ein bisschen auf der Kippe. Wir haben lange drüber gesprochen. Es ist noch nicht so richtig klar für die Shortseite entschieden. Aber die Longseite ist halt beim S&P und beim Nasdaq auf dem großen Bild, nicht auf dem kleinen, aber auf dem großen Bild nicht besonders attraktiv gewesen. Hier wegen der vielen Überschneidungen, wir werden es gleich beim Nasdaq nochmal angucken. Der Jones und der DAX, die sind ja eher sowieso in einem anderen Rhythmus unterwegs, sprich Erwartungshaltung, Korrekturmodus A, B, C jetzt mal wieder die Hälfte da wettzumachen. Ist das jetzt der Start? Das ist natürlich an so Kleinigkeiten jetzt nicht auszumachen. Also man kann jetzt nicht sagen, guck mal, die Linie hat er durchsprochen, jetzt muss zwangsweise die 3500 folgen. Das wäre natürlich viel zu viel, aber ihr könnt euch immer wenigstens ein Stück weit hieran orientieren. Und wir müssen damit rechnen, dass diese Aufwärtsgeschichte tatsächlich ein Ende finden kann. Und alle solche Zeichen, die eben für die Shortseite hier sprechen, sind zumindest mal vorläufig dann nicht der Grund, die Longseite super zu zelebrieren. Wer noch Long ist, ich habe lange Zeit gesagt, ja, Stopp hinterherziehen. Der Parabolik, der ist raus. Der hat schon ausgestoppt hier, wenn ihr euch den auf Tagesbasis vorgenommen habt. So eine weitere Möglichkeit wäre noch, ich fand ihn zu weit, deshalb hatten wir uns ja für den anderen hier in den Videos hier entschieden, 3990. Das wäre jetzt der Supertrend, der auch in einem Trendverhalten, ich mache mal die Parabolikpunkte weg. Ihr seht, dass in ordentlichen Trends funktioniert der auch grundsätzlich gut. Also das ist nicht, dass der nicht so gut funktioniert, nur der ist halt immer ein bisschen weiter weg. Man muss halt dann bereit sein, ein wenig mehr zu verlieren. Aber das wäre ebenfalls noch eine Möglichkeit. Wenn das dann auch durchstoßen wird, ja, andere Stops habe ich jetzt für die Longseite ehrlich gesagt nicht so richtig parat. Hier, dann würde ich spätestens mal sagen, ja gut, dann freuen wir uns über das, was man hier vielleicht auf der Longseite mitnehmen konnte. Und ist dann gespannt auf das, was da folgt, wie auch immer das dann gegebenenfalls aussehen kann. Gucken wir auf den S&P, nein, den hatten wir gerade. Gucken wir auf den Nasdaq, ebenfalls, was die Werte angeht, den Future. Auch hier haben wir immer noch dieses Verhaltensmuster, so ein bisschen korrektiv. Also es ist noch nicht alles vorbei. Es ist noch die Chance, dass wir hier auf eine Unterstützung kommen. Manch einer wird sagen, ja, guck mal, Rüdiger, da haben wir doch hier noch eine ganze Reihe so Zwischenhochs an der Stelle. Das ist völlig richtig. Vielleicht haben wir sogar ein Fibu, mal gucken. Ne, den habe ich falsch gezeichnet. Gucken wir mal erstmal von diesem Arm hier. Ist immer schön, je mehr Marken, guckt mal, da haben wir doch die 38er-Marken. Je mehr Marken beieinander liegen, hier haben wir so eine Art Kreuzunterstützung, nämlich durch den Trennkanal, durch diese Zwischenhochs, durch die 38er-Fibu-Marke. Je mehr Marken recht eng beieinander liegen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eine oder andere Marktteilnehmer sagt, ach komm, jetzt ist auch gut, jetzt lassen wir uns mal Pause machen. Und ihr seht, hier in diesem Bereich sind wahnsinnig viele. Ich habe nebenher noch die blauen Extensions gemalt. Da ist eine dünne, die sieht man kaum, eine gelbe Projektionslinie 1 zu 1, die Geschichte. Also, für die Hoffnungsfreudigen unter euch, tatsächlich besteht eine ernsthafte Chance, dass der Kurs jetzt in der Nähe der Zone, wo fängt sie an, ungefähr 12.150, ich rede vom Future-Kurs, März, bis 12.000 knapp unter 100, also 12.100 knapp drunter, dass wir hier auf eine Unterstützung treffen. Die Chance ist relativ groß, aber bitte auch dort rechnet damit, dass den Markt das Null interessiert. Also geht nicht davon aus, nö, da kann der Kurs nicht durch, der Rüdiger hat da fünf Linien hingezeichnet, das ist grober Unfug. Aber ich weiß, dass viele Leute Linien dieser Art zeichnen, die sich an der Stelle die Frage stellen, uh, ich warte mal. Und in einer Abwärtsbewegung ist, ich warte mal, eine Gewinnmitnahme für die Shorts, zum Beispiel ein Eindecken. Dann der Short-Position wieder, das sind vielleicht erste Kaufversuche von einigen, also da besteht die Chance, dass der Kurs tatsächlich dreht. Achtet an dieser Stelle drauf, ob dieses Drehen korrektiv aussieht, dann seid sehr vorsichtig, dann ist das kein gutes Zeichen. Oder ob die Bewegung zumindest erstmal so aussieht, dann habt ihr relativ gute Chance, wenn es korrektiv runter geht und triggert. Das ist ganz wichtig, dass es anschließend nach oben geht. Also das Triggern auch abwarten. Ihr habt hier einen ähnlichen Fall, relativ stark, das ist nicht ganz sauber, jeder Anstieg hier runter, aber ist nicht getriggert worden. Und alles danach ist ja viel zu tief runtergegangen, das passt nicht mehr. Also das mit dem Trigger ist durchaus eine hilfreiche Information. Das schützt euch nicht vor negativen Trades, reduziert aber die negativen Trades durchaus auf eine interessante Art und Weise. So, also insofern, Nasdaq ebenfalls mit einer Unterstützung. Ob der Kurs daran hält, werden wir dann noch sehen. Der Dow Jones hat seine Unterstützungsniveaus, die man angesprochen hat, verlassen. Also ihr seht, das ist ein netter Versuch gewesen hier, allerdings der Markt weiter auf dem Weg nach unten. Und deshalb die nächste größere Unterstützung, die sehe ich beim Dow Jones bei 32.000. Das ist noch ein gutes Stück hinterher, also 1.500, fast runter 1.400 Punkte. Die sind da unter Umständen ohne weiteres drin, wundern würde es mich auf jeden Fall nicht. Und die jüngste Bewegung ist ja relativ steil. Ich bin sofort vom Gegenteil überzeugt, wenn ich zumindest Teile stark nach oben und wackelig nach unten sehe. Wenn ich das hier gucke, nee, haben wir nicht. Wir haben zwar mal steil hoch, aber eben nicht richtig wackelig runter. Und genau genommen war das auch nicht schön nach oben. Ihr seht das hier, das war sehr korrektiv. Hier im 5-Minuten-Chart sieht man die Details besser. Also offensichtlich im Moment nicht so stark die Unterstützungsseiten, die wir hier haben. Natürlich, wenn der Nasdaq, der S&P auch drehen wird, dann an dieser Unterstützung, dann wird wahrscheinlich der Dow auch zumindest mal eine Pause machen. Aber irgendwie Kauflaune, weiß ich nicht, sieht irgendwie anders aus. Aber das hatten wir schon gestern gesagt, dass die Aufwärtsseite beim Dow bei weitem nicht so schön aussieht. Ähnlich war es ja beim Nasdaq. Interessanterweise war noch einigermaßen positiv der DAX. Der hat aber den letzten Schwung nach oben nicht mehr geschafft. Also der hätte ja hier nochmal einmal höher sollen. Spätestens wenn er da durch ist, ist natürlich die Kuh durch, weil dann sind wir ja im Überlappungsbereich. Genau das war dann sozusagen der Gar aus für die bullische Seite. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich vermute die anderen Marktteilnehmer auch nicht. Und deshalb so ein Bild, was ich noch nicht so richtig toll finde für irgendeine Richtungsentscheidung. Deshalb, beim DAX würde ich jetzt aktuell im kurzen Bild nichts machen. Das fühle ich mich überhaupt nicht berufen. So ein bisschen die Tendenz, wenn das wirklich eine Korrektur ist, dass es weiter nach oben geht. Und wer es also unbedingt meint, könnte hier auf einer kleinen Ebene einen Stopp hinterher ziehen und sagen, komm, ich bin schon long vielleicht. Warum auch immer hier vielleicht long gegangen. Muss man nicht sofort rausgehen. Aber zieht den Stopp dann hinterher. Zum Beispiel Parabolik oder Supertrend. Das könnt ihr euch dann überlegen. Oder irgendeine andere Variante. Aber zieht ihn hinterher. Denn die Gefahr ist, dass der Markt tatsächlich sich nicht mehr so lange hält. Für die ganz langfristigen unter euch. Ich sehe das immer wieder an den Kommentaren. Ja, der wünscht sich den Markt runter. Untersucht Argumente dafür. Also mir ist das ehrlich gesagt völlig wurscht, ob der Markt hoch oder runter geht. Also ich habe keine Präferenz, was das angeht. Ich bin Marktteilnehmer oder ich bin Händler. Die sollen machen, was sie wollen da draußen. Ich würde es halt nur einigermaßen gerne rechtzeitig sehen. Also insofern, ich habe tatsächlich keine Präferenz für nach unten. Es wäre nur ein sehr typisches Bild, wenn es so ist. Wir wissen aber alle, das betone ich immer wieder. Der Markt macht nicht immer was typisch ist. Allerdings ist es nicht vernünftig davon auszugehen, dass er genau das macht, was nicht typisch ist. Sondern klassischerweise sollte man eigentlich eher davon ausgehen. Denn im Regelfall wird es einigermaßen typisch aussehen und in den Ausnahmen dann eben die untypischen Varianten dann eben gespielt werden. So, das heißt, beim DAX ist diese Variante nach wie vor noch spielbar. Ist noch durchaus realistisch, dass das passiert. So ein bisschen analog zum Dow 32.000, was ich da vorgeschlagen habe. Das wäre auch kein Negativ-Szenario, sondern, ich habe es häufig erwähnt, ja nur eine normale Korrektur in der Aufwärtsbewegung. Wenn der Kurs hier korrektiv hingeht und tatsächlich hier in irgendeiner Form dreht, sprich triggert, sind das wieder neue Long-Signale. Einzig, was ich bedenklich fände, wenn er relativ steil darunter geht, das ist kein gutes Zeichen. Denn dann ist recht realistisch, dass der Kurs anschließend sogar noch mal nach unten geht. Aber das brauchen wir nicht heute Nachmittag zu diskutieren. Das sehen wir dann, wenn wir hier ein bisschen mehr Klarheit haben. So, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Die entscheidenden Marken habe ich euch genannt. Schaut mal, ob der Kurs dort so die ersten Drehbewegungen macht. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen dafür, dass ihr, wie auch immer ihr euch entscheidet, die für euch richtige Entscheidung fällt. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.